Ja, also ich wusste jetzt nur Lungenkrebs, Endstadium, dann kommt nichts mehr und Metastasen kann man nichts mehr machen. Und dann sollte es ja die Chemo gleich losgehen und das wollte ich nicht und ich wollte das alles nicht. Und dann kam sie irgendwie drei Tage bevor die Chemo beginnen sollte und die Immuntherapie und sagten, Frau Engel, wir haben eine gute Nachricht für Sie, also wir haben das Gewebe nochmal untersucht und Ihr Krebs hat eine ganz besondere Mutation. Und diese Mutationen haben nur so und so viel Prozent, ich vergesse das immer wie viel, aber wirklich selten. Und wer das dann hat, das ist ein ganz langer Satz, NLC, so fängt das an und dann noch eine Kette irgendwie. Dafür gibt es ein Medikament, das haben die entwickelt. Das heißt, dass die Tabletten sozusagen kannst du nehmen von zu Hause, du musst nicht an den Tropf, du hast die Nebenwirkungen nicht. Du hast gewisse Nebenwirkungen wie Fatigue, das hat man, das ist dieses Erschöpfungssyndrom. Und Krebs zeigt dir einfach, jetzt kannst du was für dich tun, jetzt wird es Zeit. Und der Zeit ist dir einfach, jetzt gehört oder sagst du was, pushed Sie mit Diryi, wenn es St du Und wenn du dich z그램 mal,udo wärst, Untertitelung des ZDF, 2020